Musik Es fühlt sich ein bisschen wie Ankommen an. Ich bin super happy. Ja, ich fühle mich super wohl hier. Ich bin super happy. Ich freue mich einfach, dass ich den Vertrag verlängern konnte oder wir den Vertrag verlängert haben. Ich bin sehr happy damit. Es fühlt sich ein bisschen wie Ankommen an. Die Laien waren, glaube ich, wichtig für mich, um Erfahrungen zu sammeln, um Spiele zu sammeln. Trotzdem bin ich jetzt froh, wieder bei meinem Heimatverein zu sein. Es ist natürlich immer das Ziel gewesen, zurückzukommen. Von daher bin ich jetzt froh, dass es so gekommen ist und wir jetzt hier sitzen. Musik Great Ball in Knabry! Oh, wow. Extraordinary reflexes von Moritz Nikolas. Musik 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 Ja, ich sag mal, dass wir jetzt im März hier sitzen und ich so viele Spiele absolviert habe, konnte man vor der Saison ja natürlich nicht mit rechnen. Und trotzdem glaube ich, es ist einfach eine sehr lehrreiche Zeit gewesen über die Spiele. Du entwickelst dich weiter über die Spiele, du entwickelst dich weiter über das Training. Von daher versuche ich damit weiterzumachen. Musik Musik Ja, wir wollen natürlich erfolgreich sein mit dem Verein. Ist ja klar. Ich fühle mich persönlich. Ich möchte mich natürlich auch persönlich weiterentwickeln, weiter Spielminuten sammeln, weiter meine persönliche Performance verbessern. Und von daher freue ich mich auf die Zukunft. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017